Ich war 40 Jahre bei der Firma Bosch und habe viel Freude bei der Arbeit gehabt. Jetzt freue ich mich, dass ich als Rentner immer noch bei der Firma tätig sein kann. Ich heiße Ernst Gründler, bin über 70 Jahre alt und über zehn Jahre jetzt als Senior-Expert bei der Firma tätig. Die Arbeit bei der Firma Bosch ist mir sehr wichtig und gibt mir das Gefühl, noch gebraucht zu werden. Geld steht nicht in erster Linie im Vordergrund, sondern es reizt mich, fachliche Probleme zu lösen und Bosch voranzubringen. Die Bosch Senior-Expertenorganisation vermittelt ehemalige Mitarbeiter, die in Rente sind, zurück in den Bosch-Konzern für zeitlich befristete Beratungsaufgaben, Trainingsaufgaben und dergleichen. In der Regel sind unsere Experten hochkarätige Spezialisten mit bis zu 40 Jahren Berufserfahrung. Meine jüngeren Kollegen bringen mir sehr viel Wertschätzung entgegen und zeigen, dass meine Ratschläge für sie sehr wichtig sind. Wir profitieren hier alle wahnsinnig von den Erfahrungen von Herrn Gründler und ich bin froh, dass ich ihn bei Problemen um Rat fragen kann. Das Senioren-Expertenmodell ist klasse. So ist mir der Übergang in die Rente leicht gefallen. Gleichzeitig halte ich mich geistig fit und bleibe auf dem Laufenden. Ich kann selbst in Absprache mit der Fachabteilung entscheiden, wann und wie viel Zeit ich für das Projekt einbringe. Das ist für mich ein entscheidender Aspekt. So habe ich nämlich noch genügend Zeit für Familie und Hobbys. Untertitelung des ZDF für funk, 2017